Ein herzliches Hallo wieder bei mir, beim Degayoshi. Heute wieder eine BD, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist es ACDC, ein Live-Konzert und zwar at River Plate. Da geht es jetzt auch nach 13 oder 14 Jahren wieder mal ein Live-Album davon rausgekommen, also in CD-Form. Doppel-CD und ich habe mir halt gedacht, ich hole mir das Live-Konzert auf BD. Ja, ACDC, was soll ich dazu sagen? Top Bild, Top-Ton, echt klasse. Also der Ton und das Bild ist hier echt erstklassig, also wirklich super. So. Ja, drin. Da sieht er die CD, äh besser gesagt die DVD, ach Quatsch, die BD. Da drin ein kleines Booklet, wo halt Engels drauf ist. Dann so. Ein bisschen Bilder halt. Was soll ich noch dazu sagen? Gibt es nicht viel zu erzählen, würde ich sagen. Coole BD mit einem hervorragenden Bild und klasse Ton. Kann ich nur empfehlen für jeden ACDC-Fan oder der erst werden möchte. Live at the River Plate. Also ich mit mein Englisch kann sowieso nicht richtig aussprechen, aber egal. Da sind die neuen Tracks drauf, die alten Tracks, die berühmten müssen jeder von ihnen, würde ich sagen. Jo, das war's. Bis dann und tschüss.